Nach verschiedenen Unfällen und Vorkommnissen mit verhaltensauffälligen oder gefährlichen Hunden, beschlossen die eidgenössischen Räte am 20. Juni 2003 das Tierseuchengesetz dahingehend zu ergänzen, dass Voraussetzungen geschaffen wurden, dass diese Hunde erfasst und die der Situation angepassten Maßnahmen angeordnet werden können. Am 23. Juni 2004 erließ der Bundesrat die entsprechenden Ausführungsbestimmungen in der eidgenössischen Tierseuchenverordnung. Ab dem 1. Januar 2006 muss jeder nach diesem Datum geborene Hund mit einem Mikrochip gekennzeichnet werden. Ältere Hunde müssen bis Ende 2006 gechippt sein. Sind Ihre Hunde auch gechippt worden? Ja, ich habe es leider auch gechippen müssen. Ja, es ist gesetzlich geworden. Ja, schon lange. Ja, müssen. Können Sie uns vielleicht zeigen, wo dieser Chip eingespritzt worden ist? Hier auf der Seite. Hier. In diesem Bereich. Haben Sie sich schon mal überlegt, was das für ein Chip ist, wo man den Hunden eingespritzt hat? Was das für eine Technologie ist? Haben Sie sich mit dem schon auseinandergesetzt? Auseinandergesetzt? Oder da muss auch etwas ganz munterklein sein? Eigentlich nicht. Ich weiss einfach, dass ein Code drauf ist und dass mit dem Code auf mich zurückkommt. Eigentlich nicht. Aber ich finde es gut, dass man jetzt die Hunde so kennzeichnet und die Gefahr vom Aussetzen wird kleiner. Die Intentität des Hunden, zu wem man das gehört. Aber wenn er abgeht oder er klaut wird, kannst du ihn nicht ausfindig machen. Und wie war es, als Sie beim Tierarzt gewesen sind und der Chip eingespritzt worden ist? Ist Ihnen da ein bisschen mulmig gewesen? Oder wie ist Ihnen da dabei gegangen? Ich habe den Hund mit Chip bekommen. Also es war schon ein Arzt schon gemacht. Ich habe einfach ein bisschen Zweifel gehabt, als ich da habe machen müssen, wie da die Auswirkungen sind. Also wir sind nicht zum Tierarzt gegangen. Der Tierarzt ist gekommen. Der Hund ist zwangsgeschippt worden. Zwangsgeschippt? Das habe ich jetzt noch nie gehört. Würde mich noch interessieren? Hätten Sie Interesse, um uns Ihre Geschichte zu erzählen? Ja, das kann ich schon machen. Eigentlich bin ich nicht so ein Hundeliebhaber. Meine Frau hat sich immer einen Hund gewünscht. Vor fast 15 Jahren habe ich Tosca meiner Frau zum Geburtstag geschenkt. Die grössten Ereignisse waren immer, wenn sie Junge gehabt hat. Die sind uuherzig. 46 Junge hat sie gehabt. Ja, und während dieser ganzen Zeit haben Sie sich dann nie mit dem Hundelchip auseinandergesetzt? Es hat ja auch Leute gegeben, die ihren Hund schon lange freiwillig zu schippen lassen haben. Nein, nein, wir haben uns eigentlich nie mit dem Thema befasst. Ganz am Rand hat man mitbekommen, dass ein Chip-Obligatorium, das heisst, dass es Pflicht wird. Auch in den Medien hat man eigentlich nicht viel darüber gehört. Erst dann, als das Ultimatum näher gekommen ist, Ende 2006, haben wir uns dann genauer mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Erst jetzt ist uns bewusst geworden, wie weit fortgeschritten die RFID-Technologie schon ist. Und wie sie immer mehr Einzug nimmt in unseren Alltag. Das beunruhiget mich. Darum haben Sie sich dann auch geweigert, zum Tosca zu chippen. Ja, wir haben beschlossen, mal zu warten und zu schauen, was passiert, wenn wir den Hund nicht chippen. Anfang 2007 wollte meine Frau die Hundemarken auf der Gemeinde lösen. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen ohne Chip leider keine Hundemarken geben. Das ist einfach Bundesgesetz. Aber wir haben uns jetzt so entschieden, dass wir unseren Hund nicht chippen lassen. Was passiert, wenn wir es nicht machen? Wie geht es dann weiter? Ich weiss es auch nicht genau. Auf jeden Fall werden wir Anfang Juni schauen, wer keine Hundenmarken gelöst hat und dann einfach eine Aufforderung schicken. Kann man das nicht jetzt irgendwie schon melden, dass wir da nicht einverstanden sind? Wir sehen einfach keinen Sinn dahinter. Weil die Hunde, die chippt sind, bissen nicht weniger. Es gibt nicht mehr Sicherheit durch das. Ein Moment bitte. Beate, kannst du mal schnell kommen? Ja. Und zwar geht es um die Dame, die den Hund nicht chippen lassen. Ich kann ihr doch auch gar keine Hundenmarken geben. Was soll ich da machen? Das ist halt einfach Gesetz. Wir schicken es als Veterinäramt weiter und die kümmern sich dann drum. Ja, sieh, es gibt viele Gesetze, die nicht durchgesetzt werden. Aber das, das wird durchgesetzt. Sie entschuldigen mich. Lassen Sie es doch lieber bleiben. Es gibt doch noch unnötige Kosten und Bussen. Das macht doch gar keinen Sinn. Also wir haben uns so entschieden. Wir lassen es einfach darauf ankommen. Am 31. August haben wir die Mahnung bekommen, von der Gemeinde die Hundemarken zu lösen und den Hund bei der Anis Datenbank registrieren zu lassen. Für das hätten wir sie chippen müssen. Ich habe dann gerade einen Brief zurückgeschrieben, mit der Begründung, warum wir den Hundechip ablehnen. Und noch 60 Franken beigelegt für die Hundemarken. Ohne Kommentar haben sie uns die Hundemarken per Post zugeschickt. Sieben Tage später hat die Gemeinde beim Veterinäramt verzeigt und bereits nach drei Tagen haben wir schon eine Verfügung im Haus gehabt. Verfügung. Falls Sie der Kennzeichnungspflicht bis zum festgehaltenen Datum nicht nachkommen, wird unter Kostenfolge für Sie ein Amtstierarzt für die Ersatzvornahme aufgeboten und Sie müssen auch mit einer Strafanzeige rechnen. Die Kosten für diese Verfügung betragen 100 Franken. Gut, wir haben dann die 100 Franken gezahlt und ich habe gerade das Rekordschreiben aufgesetzt. Alle Hunde müssen das machen, das ist so sinnlos. Das geht einfach nicht. Die Leute sind nicht aufgeklärt. Sie wissen nicht genau, um was es geht. Das ist echt das Ziel. Es steckt sicher mehr dahinter. Jeder Mensch mit einem Chip versehen und zentral vernetzt. So ein brisantes Thema wird kaum diskutiert in der Öffentlichkeit. Mit jedem Chip, der eingesetzt wird, stimmen wir eigentlich diesem Kontrollsystem zu. In der Bibel haben wir schon einen bedeutenden Hinweis. Karagma. Merkmal an der rechten Hand oder Stirn. Eigentlich. Handlich gegen mein Gewissen. Guten Abend. Guten Abend. Die Antwort ist schnell gekommen. 1'000 Franken für Auszahlung, sonst wird der Rekurs gar nicht behandelt. Wir haben dann sofort gemerkt und gesehen, dass das einen langen und teurer Rechtsweg gibt. Wir haben dann auch die Frist vom 5. Oktober vorbeigehen lassen. Und das Veterinäramt hat dann den Rekurs abgeschrieben. Ein Herr Blöchlinger vom Veterinäramt mit einer Tierärztin sind unten gestanden, unangemeldet sind sie einfach gekommen, um den Hund zu chippen. Zwangsweise. Dann habe ich geschwind ihm angeläutet. Und dann sind wir dann am Telefon übereinkommen, dass wir nicht Widerstand leisten. Und dann haben sie tatsächlich den Hund da unten gechippt. Also, mögen Sie sich noch an den schwarzen Hund in Reppstein erinnern? Jawohl. Das bin ich an einem, ich kann nicht mehr sagen, an welchem Tag, aber sind wir dort auf Besuch gegangen, weil ein schwarzer älterer Labrador hätte gechippt werden sollen. Ja, genau. Und ist das jetzt ein Einzelfall gewesen oder hat es noch mehr Hunde gegeben, die Sie zwangs-chippen mussten? Also, es ist sicher kein Einzelfall, aber wir wissen nicht von allen Fällen. Das ist eine E-Bet-Registrierung, wir gehen zum Teil ja über Gemeinden, dann weiss man auch nicht alles. Und wir haben noch andere Mösezwangs-chippen. Ja. Und jetzt in näher Zukunft gibt es dann noch andere Tiere, wo auch das Chip-Obligatorium dann eingeführt wird? Also, das Chip-Obligatorium, gerade vom Chip, redet man noch nicht ganz klar. Es gibt einfach andere Tiere, die auch registriert werden sollen. Und das ist sicher eine Variante, dass man auch Chip braucht. Es wird aber schon freiwillig, zum Beispiel bei den Rossi eingesetzt, bei Grosspapageien und so, bei den Greifvögel, da tun die Leute schon selber Chippen. Der Grundgedanke ist eigentlich, eben, wir haben, das Chip-Obligatorium ist aus dem Ganzen rausgekommen, dass man gesagt hat, zum Beispiel erkennen, bei auffälligen Hunden, es ist ausprünglich aus diesen Biss-Meldungen rausgekommen, das sind Hunde, die immer wieder auftauchen oder die Halter wechseln, die in die Tierheime kommen und so, dass man die in dem Sinne ein bisschen verfolgen kann. Anis, da werden jetzt also alle Daten zentral verwaltet. Da gehe ich mal nachschauen. Ah, ah ja, jetzt kommen sie da. Na, schau jetzt. Und da sind alle Daten drin. Mit der Tosca und ihrer ID-Nummer. Mal schauen, ob ich noch etwas zu einem Hund finden, der gerade chippt wird. Der Chip wird dem Tier mit einer Spritze eingeführt. Wie Sie sehen, ist das völlig schmerzlos. Das hat uns jetzt neugierig gemacht. Was ist das für ein Ding, das solche Emotionen hochkommen lässt? Was ist das für eine Technologie mit dem sonderbaren Namen RFID? Am Anfang steht der Chip. Er speichert Daten und sendet sie wie ein Radio über Funkwellen an einen Empfänger. Ein winziger Mikroprozessor mit einer Antenne. Es gibt aktive und passive Chips in unterschiedlichsten Bauformen für unterschiedlichste Anwendungen. Die passiven Chips benötigen noch nicht einmal eigenen Strom. Jeder Chip verfügt über eine Seriennummer, die es auf der Welt nur ein einziges Mal gibt. Auf diese Weise lässt sich ein Objekt oder ein Lebewesen eindeutig und ausschließlich identifizieren. War nun dieses Obligatorium für Hundechips eine eher belanglose, nur für wenige Leute bedrohliche Gesetzgebung? Oder steckt tatsächlich mehr dahinter? Könnte sie auch zur Identifikation von Menschen benutzt werden? Die USA und die EU haben bereits biometrische Pässe eingeführt, deren Informationen auf einem RFID-Chip gespeichert sein müssen. Auch in der Schweiz wurde ein solches Gesetz eingeführt, gegen welches das Referendum ergriffen wurde. Am 17. Mai 2009 wird es eine Volksabstimmung geben. Und haben Sie sich auch schon mal überlegt, ob vielleicht der Chip auch beim Menschen eingesetzt werden kann, so wie er jetzt bei den Hunden eingesetzt wird? Nein, das finde ich sehr gefährlich. Nein, das würde ich jetzt gerne gut finden. Das ist Privatsphäre, das geht zu weit. Wir haben die grauen Haft. Nein, um Gottes Willen. Wir haben schon genug Vorschriften, oder? Wollen wir uns noch chippen, dass wir genau wissen, wo wir sind, oder was? Nein, 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 auf keinen Fall. Ich würde mich da mit Händen und Füssen dagegen wehren. Nein, nein. Das ist ganz klar. Das kommt auch. Irgendwann kommt es. Totale Kontrolle. Ja, eine will, ich will alles haben. Ja, ich habe mir das schon überlegt, aber ich hoffe es nicht, nein. Und sie wissen, dass das schon gemacht wird. Also, wissen sie nicht. Also, es ist jetzt schon so, dass es sehr viele Menschen gibt, die schon chipped sind. Die amerikanische Food and Drug Administration befürwortet die Nutzung von unter die Haut gepflanzten RFID-Implantaten für das Management von Patientenakten. Es ist geplant, in England alle 31.000 Polizisten der London Metropolitan Police mit einem RFID-Implantat im Oberarm auszustatten. Im Namen der Sicherheit können sie sich nicht mehr unbeobachtet fortbewegen. Und das rund um die Uhr. Auf jedem Gebiet wird uns der unentbehrliche Nutzen dieser Technologie eingeredet. Sicherheit und Terrorbekämpfung. Medizinische Sicherheit. Zahlungssysteme. Was wird denn naheliegender sein, als dieses Wunderding, ausgestattet mit all den nützlichen Funktionen, allen Menschen direkt unter die Haut zu implantieren? Vielleicht so unfreiwillig wie bei Tosca? Es ist bequem und sicher, wird uns eingeredet. Aber ist es zulässig, dass mit dem Vorwand von der Sicherheit eine ganze Menschheit durchsichtig gemacht wird? Totale Kontrolle heisst auch totaler Freiheitsentzug. Wir verlieren alle Rechte plötzlich. Wir haben nur noch die Möglichkeit, mitzumachen oder halt aus einem gesellschaftlichen Leben auszugrenzt zu werden. Schon die biblischen Prophezeiungen haben davon geredet, dass das bis zum Töten führen kann. Wenn wir meinen, Regierungen würden so etwas nicht machen, dann sind wir jegliche Realität entfremdet. Über alle Zeiten zeigen uns Geschichtsbücher. Wer Macht kann haben, der wird sie auch nutzen. Wir müssen Grenzen setzen. Ein Chip unter die Haut. Oder die Tätowierung. Oder ähnliches. Nie. 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 Untertitelung.